Stephanie und Ellen Rathke bringen frischen Wind in die alten Kirchengemäuer. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Konrad von dem Kanal Konrad und der Weg mit Jesus. Heute haben wir eine ganz blasphemische Form von Satanismus. Die habe ich euch mitgebracht. Ein Video, was mir angeboten wurde. Hier wird uns erzählt, dass frischer Wind in die alten Kirchengemäuer gebracht werden möchte. In Wirklichkeit haben wir es mit Satans fauligen Geruch zu tun. Schauen wir aber erstmal rein, was Delilah und Jezebel uns hier zu sagen haben. Mit knapp drei Jahren sind sie für die Gottesdienste des knapp 2000 Einwohnerdorfes Eime im Landkreis Hildesheim verantwortlich. Die beiden Pastorinnen sind miteinander verheiratet. Also erstens laut Bibel gibt es keine Pastorinnen. Das Priesteramt kann nur von einer männlichen Autorität übernommen werden. Alles andere ist Satans Evangelium. Verheiratet sind sie auch nicht vor Gott. Sie sind vielleicht vor der Welt verheiratet. Im Satans Reich sind sie verheiratet. Aber laut Bibel kann ein Priester mit einer Frau nur verheiratet sein. Nicht Frau mit Frau. Nicht Mann mit Mann. Nicht Mann mit Cola-Dose. Und auch nicht Frau mit einem Butterkeks. Das ist alles Satans Evangelium. Lasst euch nicht drauf ein. Ich habe, später werde ich darauf zu sprechen kommen, eine Bibelstelle mir rausgesucht, die ich mit euch teilen werde. Damit wir ein bisschen ein Licht dort hineinleuchten können, was uns hier für ein schimmeliger Frischkäse aufs Brot geschmiert werden soll. Es gibt immer zwei, drei Leute, die damit ein Problem haben. Ja, einer davon bin ich. Der andere ist Gott. Und das zählt. Der dritte ist wahrscheinlich Jesus. Und es gibt nicht nur drei Leute. Es gibt wahrscheinlich Millionen von Christen, die, wenn sie noch sehen können spirituell und noch hören können. Aber ja, versucht weiterhin euer Leben als Sodomiten, als Jezebels mit dem Geist der Ablehnung, versucht das zu rechtfertigen. Mal schauen, ob es was bringt. Das war so verschwindend gering und die Mehrheit hatte damit überhaupt kein Problem. Am Anfang war man schon so, also man musste schlucken, aber das hat sich relativ schnell ergeben oder erledigt. Denn letztlich kommt es darauf an, was für Arbeit ich mache. Und das haben sie auch schnell bemerkt. Nee, es kommt nicht darauf an, was für eine Arbeit du machst. Es kommt darauf an, ob es von Gott berufen ist. Und ihr beiden seid mit Sicherheit nicht vom Gott der Bibel dazu berufen, irgendwelche Priesterämter entgegenzunehmen. Und ich würde euch nichtmals mein Katzenklo sauber machen lassen. Selbst da wäre ich vorsichtig. Denn wer weiß, was anschließend mit meinem armen Kater noch passiert. Ja, hier wird auf ganz perfide Art und Weise versucht, uns das schmackhaft zu machen, dass hier einfach der Satan sein kleines kuscheliges Häuschen in dieser Sodomitenkirche aufgebaut hat. Stephanie Radtke ist die Hauptpastorin. Ellen arbeitet als sogenannte Springerin und hilft dort aus, wo man sie braucht. Ihr Motto, Kirche soll Spaß bringen. Und das kommt an. Ja, natürlich kommt das an. Bei der Welt kommt sowas immer an. Die Kirche soll wieder Spaß machen. Ja, warum machen Sie dann nicht eine Achterbahn mit in die Kirche rein? Wenn oder 300 Meter weiter befindet sich der städtische Puff, den kann man auch mit in die Kirche reinnehmen. Das ist bunt. Das ist Toleranz pur. Das ist, was die Welt möchte. Wenn schon, dann gehen wir doch den ganzen Weg. Der Röntgengang hat sich komplett gelangweilt. Und jetzt sitzt man hier und hat einfach auch Spaß im Gottesdienst. Ja, du hast dich komplett gelangweilt, weil du den Geist der Ablehnung hast. Du akzeptierst nicht die männliche Autorität. Den Gospel, das Evangelium kannst du nicht verstehen, weil du spirituell blind bist wie ein Maulwurf, weil du natürlich den Geist der Ablehnung hast. Und schauen wir mal hier, was dieser junge, spirituell kastrierte Mann zu sagen hat. In Gottesdiensten wird irgendwas mit eingebaut, wie zum Beispiel momentan wird immer Tee trinken mit eingebaut. Beim Gottesdienst und dass die Gemeinde während der Gottesdienste Tee kriegt und so. Und es ist halt immer irgendwas Neues mit dabei und das ist halt spannend und immer wieder cool dabei zu sein. Ja, klar ist das immer cool dabei zu sein als spirituell kastrierter Bursch. Macht das natürlich Spaß. Ansonsten hängt er wahrscheinlich am Rockzipfel seines Madels, wo er natürlich auch nichts zu sagen hat. Er ist natürlich nicht auf der Suche nach dem Evangelium. Er sucht den Tee, den er sich natürlich zu Hause nicht machen kann, weil seine Freundin ihm was wahrscheinlich nicht erlaubt, wenn sie gerade die Küche so schön aufgeräumt hat. Eine Tasse Tee irgendwo in der Kirche zu bekommen, das bringt uns alle natürlich ganz, 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 ein ganz riesiges Stück weiter auf unserem Weg mit Jesus. Vor 13 Jahren haben sich die beiden kennengelernt. Seit sieben Jahren sind sie offiziell miteinander verheiratet und dann von der Großstadt Berlin ins niedersächsische Eime gezogen. Langweilig wird's ihnen hier aber nicht, im Gegenteil. Spannende Gottesdiensttexte zu schreiben, kostet schließlich Zeit, erst recht, wenn es darum geht, die Bibel auch einmal im Hinblick auf Homosexualität hin zu betrachten. Die Bibel kennt andere Lebensformen auch. Man muss ja nur ins Alte Testament gucken und sehen, dass da ein Mann auch durchaus mehrere Frauen haben konnte oder dass ein Mann an ein Kind kommt, in dem er seine Magd schwängert und die das dann der eigentlichen Ehefrau übergibt. Selbst Jesus. Also ich meine... Ja, aber, junge Dame, ohne irgendeine Spur von Erkenntnis. Wir können hier nicht vergleichen, dass ein Mann mehrere Frauen haben durfte im Alten Testament mit Sodomie. Das ist was ganz anderes. Das ist ein ganz anderes Paar Schuhe. Zweitens würdet ihr ehrlich sein, dann würdet ihr auch hier sagen, dass im Neuen Testament es nicht mehr gang und gäbe ist, dass ein Mann mehrere Frauen hat oder seine Magd schwängern darf. Das ist der alte Bund. Verzeihung, im Neuen Bund geht es ganz anders zu. Aber die versuchen natürlich hier, ihr Sodomitenleben zu rechtfertigen, versuchen ihr Spinat mit Bratkartoffeln zu vergleichen. Aber achtet mal drauf, dieser junge Mann hier, der legt sogar noch eine satanische Schippe drauf. Ich wüsste jetzt nichts von einer Frau, sondern der ist mit seinen Jüngern unterwegs. Ich will jetzt um Gottes Willen nicht sagen, dass der schwul war, um Gottes Willen. Aber auch er hat nicht wissentlich mit einer Frau zusammengelebt, sondern in einer Gruppe. Die Bibel ist auf jeden Fall wesentlich bunter als nur Ehemann und Ehefrau und nur zwei Leute. Ja, das ist natürlich falsch. Also erstens, was diese gehässige Frau da eben sagte, da sieht man ganz deutlich, dass in Wirklichkeit etwas anderes dahinter steckt, nämlich ein ganz tief sitzender Hass auf männliche Autoritäten, ein noch tief sitzender Hass auf Jesus und ein noch tief sitzender Hass auf Gott. Sie haben keinerlei Erkenntnis. Sie können nichtmals erklären, warum Jesus nicht mit einer Frau zusammen war. Ich kann es euch ganz kurz anreißen. Jeder Clip-Schüler könnte das erklären. Ganz einfach, weil im Gegensatz zu diesen beiden Sodomiten, Frauen, war Jesus nicht auf dieser Welt, um seinem Fleisch jegliche Art von Lust zu gönnen, sondern Jesus war auf dieser Welt, um den Willen Gottes zu tun. Das beinhaltete halt auch, sein Fleisch komplett zu verweigern. Und er hatte natürlich nichts mit seinen Jüngern. Er hatte auch keine Frau, sondern er lebte einzig und allein, um den Weg zu gehen, den sein Vater für ihn vorgesehen hat. Er lebte zu 100% für uns, um unser dreckiges Fleisch reinzuwaschen und nicht um Sodomie zu begehen. Und das sollten diese beiden jungen Damen sich mal ganz kräftig mit Filzstift oder mit Marker hinter die Ohren schreiben. Die Bibel darauf versucht zu reduzieren, dann muss man eigentlich einen Großteil davon wegschmeißen. Nein, wir müssen nicht einen Großteil der Bibel wegschmeißen, sondern wir müssen sie einfach lesen mit einem Herzen, das gebrochen ist. Und wenn wir mit gebrochenen Herzen zu Gott und zu Jesus kommen, dann wird er uns auch Erkenntnis geben, etwas, was ihr nie bekommen werdet, weil ihr euch zu weit von Gott entfernt habt. Mit dem Motto Anders Armen haben die beiden Mitte Januar einen eigenen Videokanal gestartet und sind damit bei YouTube bereits durch die Decke gegangen. Ja, logisch gehen sie damit bei YouTube durch die Decke, weil Sünde und Solomiten da sein, wird immer bei YouTube durch die Decke gehen. Echte Wahrheit, der echte Gospel, der wird natürlich mit zwei, drei Klicks abgefrühstückt. Aber um mal die Sache auf den Punkt zu bringen, wenn jetzt wieder einige Leute kommen und sagen, ja, das hat ja Hand und Fuß, das stimmt ja auch, was diese jungen Damen sagen, die Bibel sagt ja auch nichts, gegen gleichgeschlechtliche Ehe oder was auch immer, da werde ich euch jetzt mal eines Besseren belehren, für alle die, die mich auch immer wieder anschreiben und sagen, ja, es steht ja diesbezüglich nichts in der Bibel, werde ich euch mal vorlesen, woher das kommt und wie es dazu kommt, dass solche Leute so einen Kokolores von sich geben. Und zwar ist es bei Römer 1,24. Darum hat Gott sie auch dahin gegeben, in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Das ist, was sie nämlich tun, was Gleichgeschlechtlichkeit ist, nämlich den eigenen Leib untereinander zu entehren. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in entehrenden Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Wiedernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verwirrung, Verirrung, Verzeihung, es ist eine Verwirrung, es ist eine spirituelle Verirrung, die kommt nicht von ungefähr, an sich selbst empfangen, weil das tut man, wenn man verirrt ist. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Absucht, Bosheit, Vollneid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder Gottes, Verächter, Freche, Übermütige, Prahler, Erfinderisch, im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständlich, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Und weil sie Gefallen haben, an denen, die sie verüben, wollen sie natürlich sämtliche Leute, die in ihre Gemeinden kommen, ebenfalls diese Sünde nah ans Herz legen. Das heißt, alle, die dort in die Gemeinde gehen, haben sich vor Gott mitschuldig gemacht. Schauen wir weiter rein. Heute nehmen wir euch mal mit in unseren Freitagabend. Und der Freitagabend sieht bei uns beiden ganz anders aus als bei allen anderen, denn der Freitagabend, eigentlich ab Freitagmittag, oder? Ab Freitagmittag gehört alles der Jugend in unserer Gemeinde. Wir haben keine Freunde. Wir brauchen Jugendliche. Ja, klar braucht ihr Jugendliche und junge Leute, weil ihr die natürlich mit euren Lügen vergiften könnt. Wie schon die Satanisten oder Alistair Crowley in seinen Büchern schrieb, es gibt nichts Besseres, als einen unschuldigen Jungen zu vergiften oder direkt mit Lügen vollzustopfen. Genauso arbeiten hier auch diese Sodomiten. Kriegt sie jung, damit sie ganz früh von Gott weggebracht werden können, damit sie ganz jung und unschuldig mit Satans Lügen vergiftet werden können. Ja, logisch, weil sowas läuft. Die Sünde zahlt sich immer aus auf so Plattformen wie YouTube. Ihr könnt ja mal eine Stunde Rülps-Videos machen, da werdet ihr Millionen von Klicks kriegen. Themen sind bunt, genauso bunt wie ihr Leben. Wir sind heute nämlich bei Domian Live, unsere erste Live-Sendung. Und wir sind so richtige Promis quasi. Steffi ist der Meinung, dass man jeden Sonntag auf jeden Fall in den Gottesdienst gehen sollte? Ja, außerdem ist es toll, die Kollegen mal zu beobachten. Ich habe gar nicht so dieses Bedürfnis, dann auf meinen Sonntagmorgen in einer Kirche zu verbringen. Ja, ist doch klar, weil du ja auch mit Gott gar nichts zu tun hast. Du dienst dem Herrn dieser Welt, welcher Satan ist. Du hast den Geist der Ablehnung. Du hast dir eine Frau genommen, die eigentlich ebenfalls den Geist eines Mannes hat, weil sie Trauma aus ihrer Jugend nicht geregelt kriegt. Und anstatt Hilfe zu suchen, anstatt euch hinzustellen und Jesus auf Knien bittet, euch diese Traumata wegzunehmen. Anstatt Buße zu tun, anstatt umzukehren, habt ihr den anderen Weg genommen, indem er nun Kinder, Jugendliche und verwirrte Menschen ebenfalls auf den falschen Pfad bringt. Und ihr werdet eines Tages vor Jesus und vor Gott stehen. Und das wird dann nicht so lustig, wie ihr da morgens am Frühstückstisch sitzt und darüber philosophiert, dass ihr eigentlich gar keinen Bock auf Kirche habt. Ich stelle gerade unseren Samen aus Dänemark, denn den brauchen wir noch. Eizellen sind ganz hervorragend herangereist. Wenn man irgendwie auf YouTube unterwegs ist in einem begegnen Kirche, dann ist das so diese Fraktion kein Sex vor der Ehe, sonst tölle Gruppe. Und da haben wir gesagt, das kann nicht sein. Unsere Kirche ist anders. Also gerade unsere normale evangelische Landeskirche ist bunt, ist vielfältig. Ja, ist klar, ist eure Kirche anders. Weil eure evangelische Kirche ist die Synagoge Satans. Genauso wie die katholische Kirche die Synagoge Satans ist. Und ja, ihr stellt euch einfach dahin und werft sämtliche Gesetze Gottes über den Haufen und sagt, ja, nee, so kann das nicht sein, so darf das nicht sein. Weil Satan sagt uns was anderes. Also schreiben wir die Bibel komplett neu. Wir fahren Gott über den Mund, weil er macht es falsch, wir wissen es besser. Ja, das ist der Ist-Zustand in diesen Synagogen Satans. Ich habe tausend verschiedene Meinungen unter einem Hut. Und das wollten wir irgendwie anders darstellen. Und das machen sie nicht nur im Netz, auch auf der Kanzel zeigen die beiden, dass hier lediglich ihr Talar schwarz-weiß ist. Ja, da habt ihr selber gehört, was für ein Resümee können wir da ziehen. Ganz einfach, wenn ihr in solchen Gemeinden seid, wenn ihr Freunde und Bekannte habt, die in solchen Sodomiten-Gemeinden gehen, dann sagt denen, dass sie so schnell wie möglich da rausgehen, weil sie sich mitschuldig machen. Da wird alles bunt, da wird die Bibel ganz komplett neu geschrieben, und zwar mit dem Stift Satans. Mit seinem Blut wird da das komplette Evangelium umgekehrt ins Satanische. Wir sehen es immer wieder. Ich habe es jetzt in etlichen Videos gezeigt. In den anderen Videos war es mehr versteckt. Hier ist es ganz offensichtlich, dass da der Regisseur und Direktor und Geldgeber wieder der Satan ist. Ja, die meisten Christen tun nichts. Sie stehen da, zucken mit den Schultern und sagen, ja, super, ich toleriere das, ich finde das gut, ich habe nichts dagegen. Ja, wenn ihr auch eines Tages vor Jesus steht, dann wird Jesus zu euch sagen, ja, nicht nur habt ihr es toleriert, was da begangen wurde, nämlich Hurerei vor Gott, Abscheulichkeit vor Gott. Ihr habt quasi daran teilgenommen und dementsprechend werdet ihr auch mitgerichtet werden. Ja, ganz schreckliche Zustände. Es ist, ja, es ist schlimm. Ich hoffe, dass ich einige da draußen zeigen konnte, wie perfide Satan arbeitet, wie abgekocht erarbeitet, seid auf der Hut, dass ihr nicht in solche Fallen gerät. Bleibt auf dem schmalen Pfad mit Jesus Christus und bleibt gesegnet in Jesus Christus' mächtigen Namen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao.